Der Mann, der Blaue, der ist 23 Jahre alt, als 65 Jahre alt. Er treffe 747, 12 Niederlage für die Unentschieden. Er ist BRBV-Meister 2012 und hat das Aleator-Region 2012 vom NPR-H, Elvis Hittini. Regenrichter ist Rolf Franz Erzke aus Köln. Regen 2, Runde 1. Regenrichter ist Rolf Franz Erzke. Regenrichter ist Rolf Franz Erzke. Er ist Rolf Franz. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.